Norddeutscher Rundfunk 2021 Entschuldigung? Ja? Wieso kauft ihr das Billett nicht mit SBB Mobile? Weil es dem Automat schneller geht. Haha, weil es schneller geht! Er glaubt wirklich, dass der Automat schneller ist Mit dem Touch for Blanc kauft das Billett Mit einem Finger wirst Hören, es ist doch gar nicht kompliziert Mit der App hast du alle Infos Und den Fahrplan integriert Lass sie einfach runter, dann wirst du es sehen Mit der App der SBB Gibt's keine Ausrede mehr Und? Immer noch fuhle Ausrede? Keine Ausrede Haha, siehst du? Schluss mit Ausreden Jetzt umsteigen auf SBB Mobile Kaufen Sie Ihr Billett schneller mit dem Touch-Fahrplan Ja? 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 Ja?